Wisst ihr, was das geilste daran ist, Musiker zu sein? All die geilen Weiber, die meine Texte mitsingen. Gibt's eigentlich irgendwo da unten drei Mädels, die jetzt mal für einen Song auf die Bühne kommen möchten? Ach, wir sind schüchtern heute, ja? Gibt keinen drei Mädels, aber du möchtest auf die Hände? Timo, hätte sich besser rasiert, hätte ich dich gerne genommen oder so. So, du möchtest auf die Bühne kommen? Okay, also ein Bild haben wir schon mal. Ah, geht doch. So, dann haben wir schon mal zwei. So, dann haben wir noch eine dritte. Du möchtest? Du bist meine Cousine. Ja, okay, come on, Baby. Ja, jetzt schäft ihr euch nämlich, ne? Ihr zwei Kleinstägliche, ne? So, ihr habt vielleicht gesehen, dass es da hinten, bevor ihr das Schlagzeugstab noch eine kleine Bühne gibt, ja? Wir werden jetzt einen kleinen Contest machen. Ähm, wenn die Mädels, diese drei Mädels, diese drei wunderschönen Geschöpfe Gottes, werden jetzt genau dreieinhalb Minuten Zeit haben, um sich ein T-Shirt umsonst zu verdienen. Ist das geil oder was? Seht ihr, was ich meine? Ist das nicht geil? Also Mädels, die Bühne ist eures. Es gibt natürlich, äh, Pluspunkte zu vergeben. Das bedeutet, geile Tanzmoves ist das eine. Wir als Musiker können natürlich auch unfassbar, äh, benutzt werden als Tanzutensil. Äh, Pluspunkte gibt's auch, wenn Klamotten fliegen, Unterwäsche ganz besonders. Und wir werden nachher, äh, und wir werden nachher, äh, das Ganze von euch bewerten lassen, mit dem Applaus-Modus. Und denjenigen, der am meisten er hat, bekommt von uns einen Aufkleber. War doch so unfassbar. Also nein, jedenfalls bekommt diejenige von euch, die hier am meisten Applaus für nachher drüben ein T-Shirt. Ladies and Gentlemen, ein riesen Applaus für unsere drei Tanzseren. Mädels, das geht doch gar nicht los, beruht euch doch bitte. So, das könnte alles euch gehören. Okay, Ladies and Gentlemen, der nächste Song ist ein Song für diese drei Mädels, die im Mund haben, mit uns auf dieser Bühne zu stehen. Der Song heißt Man Ass Kicking Girl. Schleser Man Ass Kicking Girl. Das ist das erste Mal nach 16 Jahren, dass ich diesen Text vergesse. Das könnte nur dann nebenher heiße, schöne Frauen hier sehen. Und dann, wenn ich die Kinder rauskomme. Und dann, wenn ich wirklich bin, bin ich ganz nah. Und dann, wenn ich wirklich bin, bin ich wirklich bin. Das ist das erste Mal, ich bin echt. Das ist das erste Mal. Komm schon! Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Und dann, wenn ich mich auf die Bühne zu uns sehe. Musik 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 Every time after a while Made me think that I'm a chance When I make stupid compliments Though I told her she looks fine Das war's. 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 Das war's.